Was ist der größte und wichtigste Innovationswettbewerb im Mittelstand? Die Kernfrage ist dabei, welche Unternehmen das Innovationsziel systematisch, professionell und erfolgreich verfolgen. Es ist total wichtig, nicht nur für die Mittelständler, sondern für dieses Land. Warum? Deutschland lebt von Innovation. Wenn man es global betrachtet, sind wir wirklich innovativ. Aber das muss so bleiben und das bedeutet, man muss sich ständig neu erfinden, man muss ständig im Grunde genommen daran arbeiten. Und wichtig ist der Mittelstand, denn das ist im Grunde genommen die Grundlage unseres Wohlstands. Viele Unternehmen bewerben sich, aber nur eine kleine Zahl schafft es in den Kreis der Top-Innovatoren. Ich gratuliere zum Erfolg im Top-100-Wettbewerb 2019. Ich bitte frase, g insects, gasp, 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 gasp. H deine Yankee-Bas arbeiten erst acab mit anderen Umbauone-An 안녕 und jetzt ganz ran Musik dass worum sind und jetzt vorhin teilen fica. Wir freuen uns noch einfach wspariren. Sieh, nicht nur wir flor lastig. Untertitelung des ZDF, 2020